Heute Nacht habe ich zum zweiten Mal teilgenommen, neun Stunden lang, zum zweiten Mal neun Stunden lang am Stammtisch der Partei Die Basis teilgenommen, der offen ist für alle Gäste, Freunde, Interessenten, Parteimitglieder und so weiter. Und da ging es natürlich darum, dass wir natürlich gerne der Partei Die Basis dieses 56 Prozent gerne schenken würden, die unsere Wissenschaftler in einer simulierten Bundestagswahl von den Wählern erhalten hatten, bekommen hatten, sozusagen. Natürlich müssen wir immer neutral bleiben als Weltrat und müssen das natürlich auch Wir 2020 anbieten und wie gesagt, mit einer der verschiedenen Abspaltungen von Wir 2020, der Wir2020.de, da haben wir ja auch etwa 15 Stunden die Partei schon beraten und in Sendungen produziert und so weiter. Und ja, erst einmal hier unten rechts, bitte an dem rundlichen Ding, bitte die Geschwindigkeit schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ja, also, und das Thema ist sozusagen, ja, liebe Wählerinnen, Arbeitende und Parteimitglieder, wie machen externe Reformen ihr Leben viel besser? Ja, ja, das heißt, was gestern auch Thema war, immer wieder mal Thema war, sozusagen in einem kunterbunten Stammtischgeschehen, sozusagen, war eben auch hier, ich habe das jetzt nochmal überarbeitet, also ich zeige das gerade nochmal, man geht also auf nextscientistsforfuture.de, scrollt so ein bisschen runter, ich habe das jetzt alles vergrößert, weil ihr könnt das ja in normaler Größe, und dann hat man hier den Live-Ticker, da klickt man drauf, ja, dann ist man hier, ja, dann ist man im Prinzip hier ist man dann und kann hier Live-Ticker, kann dann das hier runterziehen, kann das hier lesen alles, dann sieht man hier zur Auswahl, ja, welche neue Parteien, ja, ich zeige das gerade mal kurz, hier wurde das also ein bisschen geordnet, also so, dass wir sagen mittlerweile, also wir haben jetzt lang genug bestimmten Parteien, ja, sozusagen die Möglichkeit gegeben, aber wir sagen eigentlich, im Moment sehen wir nur drei relevante Parteien, unter denen der Sieger wohl ausgemacht werden wird, um das Thema neue große Volkspartei, ja, die Basispartei eben, ja, wir 2020 EU scheint noch gut im Rennen zu sein, und ich hoffe doch, dass diese ganzen Spaltungswirren auch wir2020.de in irgendeiner Form dann auch noch überlebt hat, denn die hatten sich ja am intensivsten von den Next Scientists for Future als externe Reformer und von anderen externen Reformern beraten lassen und behelfen lassen, sozusagen, bei den Parteiprogramm-Ideen, Grundideen, ja. Ja, dann schaue ich mal weiter hier, dann haben wir hier, warum, das kann man natürlich auf jeden Fall auch lesen, warum sind die externen Reformer so unentbehrlich, ja, für, wenn wir wirklich eine neue Art von demokratischer Partei wollen, Warum sind die externen Reformer so wichtig, dass die Parteien diese hören und sichten und dann aber darüber konsensieren und die externen Reformer auf keinen Fall etwas zu sagen haben dürfen in den Parteien, damit nicht sozusagen das demokratische Element verloren geht, ja. Jetzt hoffe ich mal, dass ich die Größe richtig eingestellt habe, nee, ist immer noch zu groß, ich verstehe das nicht, das wechselt hier immer so ein bisschen nach der Werbung, aber jetzt müsste es stimmen. Ja, jetzt müsste es gut sehbar sein, also die weltbesten unentgeltlichen Reformer, natürlich erst einmal noch aus der Sicht des Weltrates, Und das sollte natürlich jede Partei für sich durch ihre Lieblingsexternen Reformer ergänzen. Aber gestern beim Stammtisch der Basis war das auch hier, waren auch solche Dinge, hier großes Thema wie Christian Felber, Gemeinwohlökonomie, hier sieht man dann den Link, da kann man hier auch die bekannteste Sendung mit Christian Felber anschauen, sozusagen im Internetfernsehen und dann Next Scientist for Future vom Weltrat, da kann man hier auch die Sendung mit dem großen Wirtschaftsmagazin in Österreich anschauen, wo zwei unserer Professoren dabei waren damals und ich auch dabei war, kann man also anschauen und die anderen Parteien, die so waren, die kommen nicht, die sind, also muss man als irrelevant wegstreichen, die kommen ja nicht aus dem Quark, wie man so schön sagt. Professor Nico Pech, die Postwachstumsekonomie, das Thema verrückter Überkonsum, ja, verrückter, gestörter Überkonsum sozusagen, ist sehr wichtig auch. Dann Professor Hans-Werner Sinn, der berühmteste Volkswirtschaft, hier wieder auch die vielleicht interessanteste Sendung mit ihm. Dann der Wirtschaftsweise, Professor Rachim Truger, Dr. Heidegöttner Abendrot, da haben wir jetzt nur irgendeine YouTube-Sendung mit ihr, da müsst ihr halt mal gucken, ob ihr noch was viel Besseres findet. Professor Franz de Waal, diese Spiegelartikel bringt so ein bisschen Einblick in die Bonobo-Forschung und das Thema Matriarchat, aber nur wirklich allererste Anfänge, der Spiegelartikel, ja, und dann Ottmar Lattoff, ja, das ist so ganz interessant, das ist so die geschichtliche Betrachtung der Hexenverbrennung als Teil der sexuellen Unterdrückung der letzten 400.000 Jahre, die uns Menschen alle konsumsüchtig gemacht hat und kaufsüchtig, Shoppingsüchtig, Alkoholsüchtig, Zigarettensüchtig, Medikamentensüchtig, Drogensüchtig und so weiter gemacht hat und so weiter. Das, da kann man ruhig mal reinhören, ne, es ist quasi ein Buchtext vorgelesen, ne, kann man ruhig mal reinhören. Und dann eben Christian Zimmermann, Präsident, WWW-Patientenverband, Gesundheitssystemkritik und Gesundheitsreformer. Ihr seht, dass diese Liste jetzt sozusagen die Reizthemen ja ausklemmert, wie es ja hier heißt. Über alles können Sie reden, aber nicht über drei Minuten und nicht über hochemotionale Reizthemen wie Corona, Klima und so weiter. Es geht ja jetzt im Stadium der Parteien nur noch darum, wie Deutschland zukünftig besser regiert werden sollte. Natürlich ist es nicht ganz unwichtig, wenn dann die Wähler auch wissen, natürlich wird diese und jene Partei auch sicherlich ganz anders mit dem Thema Corona umgehen, ja, aber als die anderen Parteien. Aber letztendlich geht es den Wählern auch dann langfristig darum, ja, wie wird denn dann Deutschland ein gutes Land, ja. Und nicht ein schlechtes Land, das uns eine Krise nach der anderen oder Scheinkrise nach der anderen erzeugt. Diese Frage muss ja in Zukunft über allem stehen. Und hier und jetzt können jetzt hier unten steht ja weitere noch zu benennen durch die Parteien. Also jede Partei sollte noch ihre externen Reformer, die sie noch hinzuziehen möchte, von denen sie sich noch Impulse für ihr Partei-Programm holen möchte, ist sozusagen, ja, das sollte jede Partei noch tun. Ja, und so ein Parteiprogramm ist gar nichts Schwieriges, denn die Wähler brauchen eigentlich nur die ganz klare Aussage, wie macht denn diese neue Partei mit diesen externen Reformern unser aller Leben gesünder und länger, reicher und glücklicher oder kurz gesagt besser? Ja, ja, und dann antworten wir doch mal, wie macht es denn das besser? Ja, also ihr Leben viel besser. Na, indem zum ersten Mal nach 400.000 wild gewordener, freier, neoliberaler Markt- und Tauschhandel, der über uns hinweggewalzt ist und lauter Profite auf unsere Kosten erzielt hat, sozusagen, indem wir endlich ganz gezielt mit starken, positiven Anreizen Gutes tun, belohnen und für schlechtes Tun einfach keine Belohnungen mehr ausschütten. Ja, das ist eigentlich schon alles. Das ist das gesamte Parteiprogramm. Ja, und dann kann man das natürlich noch präzisieren. Wir werden mit vielen technischen Details es so machen, dass Ihr Hausarzt nur noch dann belohnt wird, wenn er Ihnen hilft, dass Sie möglichst nie krank werden, möglichst nie Krebs bekommen und so weiter. Also indem Ihr Hausarzt seinen ganzen Betrieb auf gesundheitsfördernde, ein gesundheitsförderndes Wochenend- und Wochenprogramm, das Spaß und Information und Gesundheitsförderung kombiniert, Sport, Spaß und Bewegung, musizieren, tanzen, singen und so weiter, alles kombiniert, nur um Sie sozusagen Ihnen einen gesünderen, glücklicheren Lebensstil nahe zu bringen. Und dann wird er belohnt. Und für den Verkauf von allen möglichen Chemotherapien, Operationen, Bestrahlungen, Impfungen und so weiter, wird er nicht mehr belohnt, weil das ist ja nicht automatisch gesundheitsfördernd, sondern es wird nur noch belohnt, wenn das, was er tut, am Ende bei Ihnen als Gesundheit ankommt. Ja, also wir haben diese vier Kriterien. Ihr Wohlfühlen, also Ihr Glücklichsein oder Wohlfühlen muss gesteigert werden, messbar. Ihre Gesundheit, Ihre Langlebigkeit und Ihr Reichtum muss gesteigert werden. Und wenn eine Firma diesen Lebensreichtum steigert, wird sie belohnt. Wenn sie ihrem Lebensreichtum insgesamt startet, also ihr Leben schlechter macht, wird sie eben finanziell nicht mehr belohnt und geht dann pleite. So einfach ist eigentlich, und dann können wir das, können wir jetzt, das Parteiprogramm kann man quasi in fünf Minuten schreiben, weil man das in jedem Bereich der Gesellschaft macht, in jeder Behörde. Immer das, was Sie als Bürger eigentlich brauchen, damit Ihr Leben besser wird. Ja, brauchen Sie drei Millionen Arbeitslose, damit Ihr Leben besser wird? Nein, Sie brauchen null Arbeitslose, dann wird Ihr Leben besser und reicher und schöner, wenn alle mit anpacken und nicht nur Sie alle anderen bezahlen müssen. Ja, also machen wir eine soziale Politik, die dazu führt, dass wir null Arbeitslosigkeit und null Obdachlosigkeit haben. Und dann geht es Ihnen in Ihrem Leben besser. Ja, und das belohnen wir. Ja, und so einfach ist eigentlich, das wäre ein Wahlprogramm, wenn Sie auf die Next Scientist for Future als wesentliche oder intensiv auf die und deren Rat hören würden, als externe Reformer. Und jetzt gucken wir uns das gerade noch mal hier mit den Bildern an. Schauen wir gerade mal hier rein. Also, ich habe ja auch letztens gesprochen darüber, dass die Menschheit den Rubikon noch nicht überschritten hat, zum Beispiel Newton. Wir haben im Internet ganz viele Flacherdler, die uns wirklich erzählen wollen, die Erde sei eine Scheibe nach wie vor und so weiter. Ja, und Newton, Sir Isaac Newton und Sir Charles Darwin, die größten Namen der Wissenschaft der letzten Zeit. Also man sieht, dass alle großen Namen, Kopernikus, Kepler, Galilee, Gregor Mendel, Sir Isaac Newton, Sir Charles Darwin und so, also, und jetzt der Weltrat, irgendwie alles ist ungeheuer englisch, also britisch und europäisch. Und daher kommen alle großen Erkenntnisse der Menschheit bisher, ja. Also, mittlerweile sind auch viele Amerikaner, die ja alle aus Europa stammen, auch ziemlich führend mit dabei. Aber so, das ist also sozusagen britisch, europäisch, amerikanisch, nordamerikanisch, ist so die Weltspitze der Wissenschaft nach wie vor noch, ja, sozusagen. Und beim Sir Isaac Newton muss man sich das so vorstellen, ja. Wenn wir uns vorstellen, Wasser fließt, also, so, ja, ich zeige das mal hier so, wo ist es, wenn wir das mal als Erdkugel hier nehmen, hier, dann fließt ja Wasser, wenn wir das mal als Erdkugel nehmen, dann fließt ja Wasser an jeder Stelle der Erde, auch in Australien, fließt es quasi für uns jetzt gesehen von unten nach oben, weil es immer zum Massenschwerpunkt fließt, weil die Gravitation entscheidend ist. Die Gravitation zieht das Wasser immer zum Richtung ungefährer, Massenmittelpunkt der Erde, sozusagen, ja. Das führt übrigens auch dazu, dass die meisten Objekte im All immer dazu tendieren, je größer sie werden, eine desto rundlichere Form anzunehmen, ja. Weil die immer, der Massenmittelpunkt, ja, immer alles dazu neigt, zu sich hinzuziehen, und dann entsteht wohl automatisch immer irgendwas Rundliches, ja. Und auch unsere Umlaufbahnen haben ja immer irgendwas Elliptisches, Rundliches, irgendwie, ja, genauso wie unsere Erde eher so ein bisschen rundlich-kartoffelig ist, sind die Ellipsen oder die Umlaufbahnen eben auch meistens nicht ideal rund, aber irgendwie immer so Zwischenformen, die aber was Rundliches aufweisen, ja. Und das kommt durch die Gravitationskräfte zustande, die eben irgendwie alle zusammenwirken und sich mischen und so weiter und dann eben so irgendwie so rundliche Flugkurven bringen und rundliche Formen irgendwie erzeugen, ja. Aber eben das haben viele immer noch nicht begriffen, dass es eben so ist. Und jetzt zeige ich das mal hier. Ja, wir haben ja immer diese Bilder hier so eher so gezeigt. Na, jetzt habe ich es falsch rumgemacht. So, nochmal. So gezeigt. Also immer so, dass man kann den Baum des Lebens, ich zeige es nochmal hier, wir haben es ja bis jetzt immer so gezeigt, ja, wo ist es, dass wir haben ja immer so gezeigt, dass also die Evolution so verlauft, läuft von früher zu später, so wie ein Baum des Lebens, hier, hier quasi die Wurzeln des Baums, dann entsteht die Evolution und dann hier sind die Leute mit den vorteilbringenden Irrtümern und dann vermehren die sich, weil sie aufgrund ihrer vorteilbringenden Irrtümer Erfolg haben und so weiter. Man kann das Ganze eben aber auch drehen einfach, ja, und sieht das dann so rum und sieht das dann so wie bei Isaac Newton, das Wasser fließt immer nach unten, also auch die Evolution fließt immer nach unten und zwar bei der Evolution ist die große Massenanziehung nicht, also die Massenanziehung wie bei der Erde, die das Wasser anzieht, sondern in der Evolution ist es quasi das Futter, die Ressourcen, das Futter, die Ressourcen, die Ressourcen können auch gute Gene von Geschlechtspartnern sein, ja, gute Gene von Geschlechtspartnern, Futter, Nahrung, Anerkennung, geliebt werden, das sind alles Ressourcen, die wichtig sind für Organismen und in diese Richtung, dieser Ansflutfutter hin fließt die Evolution, und man sieht, dass eben hier unter Bedingungen von Markt- und Tauschhandel, unter Bedingungen von Markt- und Tauschhandel, eben sozusagen auch die Meme in die Richtung fließen, wie sie am schnellsten an das Futter rankommen und über Irrtümer, also über vorteilbringende Irrtümer oder parasitäre Meme, also vorteilbringende Irrtümer, die dann in anderen Köpfen als parasitäre Meme, als Killerviren des Geistes manipulativ wirken, die führen dazu, dass man sich sozusagen die Welt in Kundschaft verwandelt und in Käufer, in Konsumsüchtige, Kaufsüchtige, Shoppingsüchtige, Alkoholsüchtige, Zigarettensüchtige, Medikamentensüchtige und so weiter, verwandelt in Impfungensüchtige und so weiter, und dadurch kommt man am meisten an Futter ran, und deswegen müssen wir ja sozusagen positive Anreize so setzen, dass es am meisten Futter gibt für die und Ressourcen und alles Mögliche, alle möglichen positiven Anreize gibt für die, die uns Wahrheiten bringen und die uns nicht mit parasitären Memen, sondern mit Wahrheitsmemen aufklären, statt uns nur zu manipulieren. Also man kann diese Bilder also hier beliebig drehen, ich drehe das mal wieder zurück und gehe nochmal auf das andere, das ist ein gespiegeltes Bild, das macht das nochmal optisch andersrum, da sieht man, hier geht es von rechts nach links, wechselt es hoch, und dann kann man das auch wieder spiegeln und kann das eben so rumdrehen, wie ich das hatte, nämlich das, dass man jetzt hier von rechts nach, von links nach rechts, also hier würde quasi fließen, die Meme und eben die Irrtumsmeme vorrangig, führen unter Bedingungen von ungelenktem Markt und Tauschhandel führen eben leider die Irrtumsmeme, sind der Weg, mit dem man an das Futter rankommt, an die Ressourcen, an die guten Gene von Sexpartnern und so weiter, näher kommt und rankommt, an solche Ressourcen, kommt man also am besten durch Irrtumsmeme und dadurch dann durch Manipulation der Weltbevölkerung, kommt man am besten Futter ran und das erleben ja die Menschen gerade und deswegen müssen wir hier überall positive Anreize heransetzen, damit man an den Gravitationskräften folgen, sozusagen der Fluss nach unten zu den Ressourcen, damit der dann über Wahrheiten geschieht und diese Wahrheiten machen dann unser Leben besser. So einfach ist das alles, ja, also so einfach ist eigentlich schon das gesamte Programm der Next Scientist for Future. Jetzt müsste eigentlich eine Partei nur noch schreiben, nur noch schreiben, ja, also wir lassen uns von den, ja, ich gehe mal wieder hier hin, wir lassen uns als Partei, wir wollen die neue große Volkspartei werden und wir lassen uns von munter, von externen Reformern beraten, hier Gemeinwohlökonomie, gemeinwohlorientierte Wirtschafts- und Gesellschaftsformen, von den Next Scientist for Future lassen wir uns beraten, vom Weltrat, wir lassen uns von Nico Pech beraten und so weiter, von all oder ziehen diese bei unseren Entscheidungen hinzu und kommen deswegen dann zu einer menschenfreundlichen Politik, die völlig anders ist als alle bisherigen Parteien, völlig neu und dann konsensieren, unsere Parteibasis konsensiert dann darüber, stimmt darüber ab und dann kommt es zur hoch, höchst kompetenten Politik aller Zeiten, weil wir mit den weltbesten externen Reformern kooperieren sozusagen und die nutzen sozusagen, was die ganzen bisherigen Parteien nicht tun. Die nutzen eigentlich nur sehr schlechte externe Experten und diese neue Volkspartei, die nutzt die besten externen Reformer, nämlich auch die kritischen, die auch die Probleme sehen, die unsere bisherige Wirtschaftsordnung mit uns anstellt und macht sozusagen. Ja und gleichzeitig ist dieser Text auch eine Empfehlung für die neuen Sender, also für neue Sender, die sich also einen Namen machen wollen, als der neue Markus Lanz, die neue Maybrit Illner, die neue Maybrit Anne Will, der neue Plassberg und so weiter. Wie gesagt, einen neuen Markus Lanz gibt es ja schon, aber wir wünschen uns natürlich, dass es da noch viel mehr geben möge und dass dann eben solche Sender wie Punkt Preradovic oder so, ja, dass die alle, dass die die neue Maybrit Illner werden und ständig die Parteien einladen, die externen Reformer mit den Parteien einladen und immer wieder die Frage durchkauen, wie soll denn jetzt die neue Volkspartei, egal wer das dann auch immer am Ende als Sieger werden wird, wie soll die denn unser Leben wirklich viel, viel, wo steht das, viel, viel besser machen. Ja, das ist doch die große Frage, die sich stellt sozusagen. Ja, und dann hoffe ich doch, dass wirklich aus jetzt aus allen Varianten und Spaltprodukten von VIA 2020 oder von die Basis, die also vorne liegt, weil sie ja mit diesen Stammtischen und mit diesen Möglichkeiten, ich zeige das nochmal hier von die Basis, wo man das findet, ja, das, die Basis, wo sind die Sachen? Moment, ich zeige das mal hier. Also, bei die Basis gibt es immer irgendwo was Aktuelles und da scheinen wirklich immer die neuesten Sachen zu sein. Ich gucke gerade mal hier, das letzte Neueste war am 14. Dezember erschienen, also vor drei Tagen und dann am 9. Dezember, das ist das Wichtige, das müssen Sie dann anklicken und aufschlagen, die Basis ist offen und damit unterscheidet sie sich schon mal von positiv, von allen Varianten von VIA 2020, weil da lädt sie auch im Prinzip ja auch die externen Reformer ein. Und das ist doch toll, immerhin, auch wenn das erstmal nur Stammtische sind und jetzt nicht näher ist, aber ich zeige mal, zu was die Basis dann alles einlädt. Ich prüfe mal, ob das wirklich der neueste Stand ist, ja. Die Basis lädt also wirklich im Gegensatz zu VIA 2020 und damit liegt sie weit vorne ein. Erster Sonntag im Monat, also am 3. Januar, werde ich mich da um 21 Uhr einklinken und ich zeige euch auch mal, wo man das findet. Da muss ich gerade mal hier hingehen. Ja, sozusagen, wie mache ich das jetzt? Da gibt es auf jeden Fall ein Forum, das zeige ich euch gerade mal, also damit ihr das neutral findet. Darüber bin ich nämlich auch dann reingekommen. Ich gucke mal, gehe mal gerade hier drauf, da müsste doch irgendwie Forum stehen. Ja, da unten steht Forum, jetzt klicke ich da mal drauf und habe jetzt das Forum auf und hier gehe ich jetzt mal wieder irgendwie zurück oder so. Ich habe jetzt einen Fehler gemacht oder muss ich das zumachen einfach? Die Basis ist offen, jetzt bin ich glaube ich hier wieder zurück. Jetzt habe ich hier das Forum auf und dann steht hier Forum, Gästebereich. Da geht ihr hin, als externe Reformer zum Beispiel. Wo werden die Links für die Online-Treffen zu finden sein, hat da mal jemand gefragt. Und dann habe ich das hier gefunden, nämlich hier. Wenn ich nämlich jetzt hier das mache, das kopiere, Temi, die Basisfunkt, also kopieren. Wenn ich das jetzt mal also hier unten reinsetze, einfügen. Ja, zum Beispiel, so kann man das sich hier mal anschauen und ich habe das hier und ich setze das jetzt hier in Firefox rein, zum Beispiel. Ich gehe mal hier bei Firefox, nochmal, setze das hier rein, einfügen und los und dann Telegram Desktop. Irgendwo auf diesem Computer scheint auch Telegram schon installiert zu sein, obwohl ich damit nicht zurechtkomme. Aber wenn ich jetzt auf Link öffnen gehe, bin ich jetzt hier die Basisfunkt, Vernetzungsstammteisch, Mittwoch, 16. Das war gestern Abend, ja, 19 Uhr, neun Stunden lang ging das und dann konnte man hier beitreten und das wird wohl auch am Samstag für das nächste offene Meeting und am Sonntag für das nächste offene Meeting auch immer so sein, dass man das immer hier findet. Ja, ich mache das jetzt mal wieder zu, weil Telegram, da kenne ich mich nicht aus, da weiß ich nicht, ob ich, ja, und jetzt, da findet ihr also immer diesen Hinweis. So, dann haben wir hier, also, ich lese mal vor, also am 3. Januar sind also wieder alle Kennleihen, Meeting für alle, das also alle Gäste, Neuinteressierte, externe Reformer sind eingeladen zum Neujahrs-Couch-Geflüster. Dann jeden dritten Sonntag im Monat offenes Vorstandsmeeting für Interessierte. Da scheint es also möglich zu sein, dass als externe Reformer und neue Gäste und Interessierte auch mit Vorstandsmitgliedern in Kontakt kommen. Da ist dann also der nächste Termin am Sonntag, 20.12. um 21 Uhr. Und das hat doch die Basis, hat doch da jetzt viel der Wir-2020 voraus. Und dann jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat, das ist nur für Mitglieder. Das ist also dann für uns Gäste, also uns externe Reformer und Gäste also nichts. Das fällt flach. Und dann jeden Mittwoch, da war ich also am Mittwoch um 19, nee, am Samstag um 20 Uhr und dann wieder am Mittwoch und jetzt am 19. ist wieder um 20 Uhr Stammtisch, Vernetzung offen für interessierte Freunde und Mitglieder, also auch für freundlich gesinnte externe Reformer. Und das ist doch ein tolles Angebot, also das wünscht man sich doch eigentlich von jeder Partei. Und das klingt gut, also insofern müssen wir einfach sachlich feststellen, die Partei, die Basis ist bis jetzt sozusagen eigentlich weit voraus den anderen Parteien sozusagen und da sollten die anderen Parteien vielleicht mal nacharbeiten und ich mache das jetzt mal hier so für die Zukunft. Na, jetzt habe ich was verkehrt gemacht. Jetzt muss ich das nochmal machen, Moment. Moment. Ja, so, da, jetzt ist es wieder da und jetzt muss ich das so machen, hier, falscher Knopf gedrückt, ja, so, alles klar, jetzt haben wir wieder alles in Ordnung, jetzt speichere ich das mal kurz ab. Ja, also, äh, letztes Mal für heute, achso, ich muss das Bild ja wieder so machen, so war es, glaube ich, so war es, glaube ich, gewesen. Also, ich denke, es läuft auf einen Dreikampf hinaus die Basis und mehrere Varianten von wir 2020 und, oder sie fusionieren irgendwann wieder, was natürlich das Netteste wäre, aber ich glaube, da gibt es gewisse Gräben und gewisse, aber, und, und, hoffen, dass daraus eine, war auch Thema gestern, dass bei der ersten Landtagswahl in Baden-Württemberg muss es eigentlich klappen, dass man irgendwie es schafft, mit den externen Reformern zusammen 5,0% zu erreichen, weil man nur dann die große Bekanntheit kriegt und dass man jetzt eben eigentlich von Internetsendung zu Internetsendung gehen sollte, immer mit prominenten Persönlichkeiten, mit ganz normalen Parteimitgliedern und externen Reformern und immer die Frage des Moderators, ja, wie wollt ihr denn jetzt als neue kommende Volkspartei, wenn es klappt, wie wollt ihr denn mein Leben besser machen? Ja, ist doch eigentlich alles. Wie wollt ihr mein Leben besser machen? Das ist doch die einzige Frage, die der Moderator immer wieder zu stellen hat. Ja, wie macht ihr denn mein Leben besser im Bereich Gesundheit, im Bereich Lebensglück, Lebensfreude? Wie macht ihr mein Leben reicher? Ja, und so, ja, und diese Fragen und dann eben die Antworten und, ja, und die Promis ziehen die Zuschauer, die großen Fernsehsender des Internets ziehen die Zuschauer an und die externen Reformer bringen die Kompetenz mit ins Spiel und, ja, und daraus wird ein riesiger Wahlerfolg von 56 Prozent, ja. Ja, das war's doch für jetzt. Tschüssi, bis bald, ne? Um... scheiß ... ... Vielen Dank.